hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen part vom let's play zu champions of regnum wir sind nun level 57 ja ich hatte jetzt ein paar live streams gemacht von champions of regnum haben wieder ein bisschen warzone gemacht und dieses mal machen wir jetzt ein paar reichsqueste fertig und mir ist aufgefallen dass in einem live stream jemand geschrieben hat der mich ein bisschen ja nicht gemobbt also einfach kurz gesagt habe ja dass das game recht cringe sei als cringe heißt peinlich und dass es halt einfach wenig los ist und ich habe ihn da einfach mal gemutet also ja sozusagen gebannt und seitdem sind die dislike also es ist immer ein dislike gewesen unter meinen videos die seht ihr nicht mehr sind jetzt weg also scheinbar habe ich den richtigen dann gebannt also ich werde jetzt einfach momentan vielleicht ein bisschen ja sagen wir einfach empfindlich gegenüber flames oder so reagieren aber es ist schon klar das game ist nicht das beste viele sind irgendwie auch ein bisschen enttäuscht und so weiter oder sind einfach sehr toxisch und da kann man nichts anderes machen als einfach die leute hat einfach auch ein bisschen auszugrenzen weil die hören nie auf also die reichsaufgabe ist fertig es waren wirklich viele 624 sollte die eigentlich eher bei 500 oder unten also minimum halten aber jetzt haben wir auch wieder viel mehr erfahren bekommen dadurch das ist gerade auch nicht glaube ich ungefähr 40.000 oder so ist sehr viel also und der schritt ich habe jetzt nicht gesehen wie vorher war wahrscheinlich da beim selbstteilung also ja zehn millimeter ja so jetzt gehen wir zurück und verkaufen einfach diese sachen jeder habe ich noch meisterhandschuhe die sehr schlecht sind zu sterbe ich weiß nicht ob ich die verkaufen kann im aha ich habe jetzt einfach zwei köln zwei kölner verkauft beziehungsweise einer wurde noch nicht verkauft aber ist im aha drin also eben ich tue gerne regnum let's place machen und live streams aber die community ist nicht die netzeste es ist zwar wirklich die die am meisten zuschaut ich mache das auch ein wenig deshalb überhaupt noch regnum spielen und so weiter und vor allem einfach auch damit ich euch etwas gutes geben kann und wenn das nicht gewährleistet ist also ja ich dann eben dies bekomme ich bekomme ich bekomme ich ungefähr so einen schnitt drei oder vier likes über und ein dislike das ist ja gar nichts oder aber eben der support hält sich sonst in grenzen die videos werden zwar geschaut recht lange auch und ja es erfreut sich sehr beliebtheit aber dafür müsst ihr halt auch ein bisschen mehr machen also ich weiß es jetzt nicht ich bin jetzt wirklich motiviert noch level 60 zu erreichen ab ab dann wenn das schwierige beginnt ich weiß nicht was ich machen soll den ganzen tag live streamen immer und schön grinden gefällt ihr euch auch nicht so sonst würdet ihr an den live streams einschalten und ja mich wahrscheinlich auch loben oder so macht ihr dann auch nicht unbedingt so also ich weiß es jetzt auch nicht ob ich jetzt wirklich regnum noch aktiv machen soll und wie viel ich habe ja eben das video noch gemacht was der stand der dinge ist dieses zwischen video vom let's play regnum und ja dachte schon so während dem video oder nach dem video ich würde langsam ein bisschen weniger regnum zocken weil ich ja auch am morden bin also der mord der der dauert mega lange von scarium es hat mega viel zu tun ich will auch einen guten mod machen und so viel lust regnum zu let's playen und zu live streamen habe ich jetzt eigentlich nicht aber ich möchte natürlich euch zeigen wie ich mit level 60 und so mit loot boxen dann auch mal ein bisschen aufräumen könnte ähm wird wahrscheinlich noch nicht sein klar die anderen spieler sind natürlich viel mehr am zocken die müssen nur regnum zocken meistens also ich weiß es nicht aber wahrscheinlich sind manche regnum zocker wirklich nur am regnum zocken kein anderes game die haben so viel zeit immer und so weiter ich sehe sie müde in der freundesliste manche leute haben schon extrem viel zeit also die sind extrem viel online also kann ich ja von mir auch noch sagen aber ähm so manche hier also ja zum beispiel die anführer und so die sind extremst oft online die zocken wahrscheinlich wirklich nichts anders ja und ich kann halt nicht mehr als zwei drei stunden zocken ohne live stream jetzt habe ich in den letzten zwei tagen natürlich schon ein bisschen gezockt von reichsschlachten mit euch gemacht also mit euch mit den anderen ja nicht so zuschauen ja und dann würde ich auch mal angeschrieben ok ich habe noch zu wenig ok dann holen wir nochmals den selben zantiger und holen das andere fällen ja es kommen ein paar leute wahrscheinlich auch schauen also die videos schauen die ja relativ gut hier spielen und so dankeschön für die hilfe an den grossen ja ich möchte gerne wirklich mal wissen wie lange ihr schon zockt und wie viel ihr zockt pro tag oder so eben dass ihr halt schon soweit seid gut handeln oder alles mögliche jetzt habe ich das weiche ja ich kann nicht alles sagen immer noch nicht ach komm muss zuerst verkaufen eben dieses maximum items im mittag und da ist die ich will nicht lager ja wie findet ihr dass das spiel immer noch nicht gerade so gut entwickelt wird also ja andere mmos werden immer die ganze zeit weiterentwickelt und regnome ist jetzt seit 15 jahren eigentlich nicht immer so mega gross weiterentwickelt worden findet ihr das ja angesprochen von den richtigen langzeitspielern und so weiter weil eben auf einen ist es ja wirklich toll dass ich ja auch ein bisschen vorwärtskomme unter anderem aber auch nicht gerade so viel ja eine chance habe gegen viel zocker ich weiß nicht ob 149 geht auch nicht diese pfeile ich habe nur einen platz noch dann tue ich den glitsch da nein das ist der gute dann einfach mal die säbelzahntige augen rein gleich geht es ja dann und die barthaare brauche ich jetzt mal unter anderem ja das sind einfach viele ok aber gut die mal reinlegen und einfach nochmal ein pfeil dann haben wir 50 50 und jetzt versuchen wir nochmals diese blöden fälle rauszuhauen auszunehmen also das geht noch nicht dann machen wir mal 300 200 100 das geht ah gibt es keine anzeige jetzt muss man eine anzeige geben das ist ja mega mies ok ja was mache ich jetzt unter 50 45 geht auch nicht 25 geht es dann machen wir noch 10 oder so mache ich das müde ja so komfortfeatures werden mal wirklich nützlich dass sie das anlernen wir haben eben der reisquest tafel mal wirklich eine mega liste machen wo man einfach auswählen kann und nicht immer so mega herumklicken das ist wirklich unsere Schublade finde ich irgendwie naja ist also also Säbelzahntigerfälle haben wir jetzt ähm 346 für ein Säbelzahntiger und dann haben wir die quest auch abgeschlossen ja eben viel zu viele sachen also dieses loot zeugs das müssen sie reduzieren dass man nicht irgendwie 250 fälle braucht sondern mal 100 oder hunden 150 sollten sie mal reduzieren weil das imitar immer so mega voll ist auch schnell vor weißen items die halt einfach mehr droppen ja ich habe jetzt in letzter zeit wirklich kaum etwas gab es so zwei grüne habe ich gefunden aber seltenes habe ich auch nicht gefunden ja ich weiß es nicht also mich macht es auch ein bisschen toxisch das spiel ist einfach noch nicht gerade so extremst ja belastfrei so diese belaststoffe also die spielfeatures die wirklich auf den keks gehen die müssen endlich mal gefixt werden verbessert werden sie mehr spaß machen wir haben das elend lange grinding ich weiß nicht wieso man hunderttausende von sämt Säbelzahntiger töten muss bis man level 58 wird es ist unmöglich lang ich war ja gestern irgendwie vier stunden dran gewesen und heute morgen auch wieder bin ich ungefähr so drei stunden dran gewesen und einfach auf diese quest töte 5 615 ähm Säbelzahntiger 615 wenn ihr einen Säbelzahntiger pro Minute ja zwei oder drei pro Minute macht das ist viel zu lange ey meinen die entwickeln immer wir hatten so mega viel Zeit zum scheisse zu grinden nein hm es muss einfach mal in den entwickeln mal richtig gesagt werden so ein Shitstorm oder so damit sie endlich mal wieder verstehen ja das Spiel muss besser werden weil das Spiel macht so viel Spaß in der Warzone aber alles drumherum macht so wenig Spaß ich spiele das Spiel auch nur wegen der Warzone also wieso muss man dann so elend lang grinden items suchen und alles mögliche wieso gibt es nicht die Chance dass ein Spieler mal ein item droppt ja Verteidiger des Reiches äh mache ungefähr 60 Reichsaufgaben ok nein 160 Reichsaufgaben ok ja die Schrift können sie auch mal vergrößern ich muss mich schon ein bisschen anstrengen das zu lesen was haben wir sonst noch ähm Tötet 1000 Orks ok verteilt einen Kuss da kann ich noch machen verteile 100 ein Miteinander 100 Küsse das könnte ich auch noch machen aber es spielen nicht so viele weibliche Charaktere das sind meistens Männer wahrscheinlich ich weiß nicht wie viele Frauen ich weiß nicht wie viele Frauen wenn ich so Rechnung spielt das war ja damals wo ich noch bei den Zürten war ja anders da gab es diese weiße weiße Öle oder wie sie hieß das war eine Dame aber sonst ähm keine Ahnung ich glaube das war damals wirklich einer der besten deutschen Clans und ja ich weiß nicht wie sie hieß einfach eine weiße irgendwie etwas das heißt hieß der Clan vor allem und sie hieß glaube ich weiße Öle oder so hm könnt ihr das mal nachschauen einer der ersten Let's Play Staffeln das war die erste die zweite ich glaube das war 2013 oder sogar 2012 noch ja einfach mal suchen sonst kann ich das kurz noch machen ja ich kann ja jetzt gerade kurz ich werde es mal kurz machen ihr seht es aber nicht dass ich nicht den Stoß erzähle also Let's Play Regnum äh Let's Play Regnum okay Regnum On Upline Fan Regnum Upline Fan vor 10 Jahren 96 Aufrufe Geschlechte Qualität abgefilmt von äh der Monitor einfach abgefilmt Rua 6er Tag hat mal ein Let's Play gemacht vor 9 Jahren äh Rua 6er Tag ja nochmals Lord Mystery hat auch er hat noch Regnum Online geschrieben dabei hieß das schon lange Champions of Regnum schon länger da das ist C.O.T.S das ist Let's Play Together Champions of Regnum Part 1 vor 8 Jahren habe ich das gemacht ist aber ja nicht gerade schon mit der Gede weil ich da noch ganz low-levelig bin da Part 46 wie hört sich denn das an ich muss kurz ich muss kurz ähm hab ich noch ein bisschen mehr Dialekt gehabt ich mach mal kurz doch ähm B-Chim Modus an B-Chim Aufnahme so das ist eines meiner Videos es hat nur ein Like Nein, bitte nicht, bitte nicht Ja hab ich sogar selber noch gelackt Ja, jetzt Ja, das hab ich dann natürlich gemacht um ähm ja auch ein bisschen supported werden von mir selber äh wusste ich gar nicht dass ich das mal gemacht habe das hab ich dann aufgehört 2013 wahrscheinlich schon aufgehört ähm mich selber irgendwie ähm mehr nötig noch zu supporten weil man natürlich nicht so viele Aufrufe ich hab aber schon mehr als die meisten anderen Let's Player komplette deutsche Aufrufe auf diesem Video Ja, es ist wirklich ab Part 46 bekommt man halt nicht mehr Like Silber und deshalb hab ich das damals noch ja ab und zu gemacht das ist wahrscheinlich jetzt nicht so viel aber ich seh jetzt gerade nicht dass ich das Menü aufmahe genau genau die Elektrik war sie das war aber glaube ich die Hexenmeisterin also ihre ihre Charakter Hexenmeisterin genau hab ich auch ein Babar gehabt ja ich wollte ja damals wirklich alle Reiche zeigen ich hab also nicht viel Geld ausgegeben für einen Charakter und hab die gewesselt und das ist glaube ich noch Valhalla deshalb war ich dort bei Syrtis noch also auf Valhalla war ich meistens Syrte okay okay gut also bin überrascht was ich damals noch gemacht habe so zum Beispiel meine eigenen Videos geliked niemand sonst geliked hat damals also heute jetzt auch nicht unbedingt also ja man ist ja selber auch ein bisschen gönnerisch bis man wirklich auch gestartet ist und ein paar Fans hat die einem wirklich liken oder so und heutzutage habe ich natürlich viel mehr Abonnenten jetzt muss ich nicht mehr mich selber liken also schon lange nicht mehr was habe ich damals gehabt so 200 Abonnenten also recht wenig und ja die waren sehr sehr passiv also ja wie immer also in YouTube sind die meisten Leute irgendwie passiv oder schauen nur kurz rein und dann gehen sie wieder weg also ja ja eben also heutzutage bekomme ich meistens so 3 oder 4 Dumblikes über von ja zum Beispiel Just Marco um wahrscheinlich von einem der ja manchmal schreibt vielleicht der Black Panther oder so oder ist jetzt gerade online Doc Scorpion genau nicht Black Panther und so Sachen also ähm ja es ist eben noch nicht so Support ich habe halt nicht so dass ähm Let's Player Talent wo ich sagen kann also jeder sagen kann ja den unterstütze ich oder so ich bin halt einfach ein Zocker der Videos macht sozusagen weil ich jetzt auch nicht immer Werbung machen möchte sondern eher ähm sondern eher ähm ja äh hat einfach weil ich ein bisschen unterhalten möchte andere Let's Player die machen natürlich alles damit sie noch mehr Aufrufe bekommen machen Werbung sind in einem Netzwerk und so weiter das kann ich alles nicht machen weil ich auch nicht gerne in einem Netzwerk bin immer die ganze Zeit angewiesen werde ja du das Spiel supporten und so Sachen ich kann Let's Plays nicht mehr schauen wo die ganze Zeit gelobt wird gelobt wird gelobt wird ich brauche auch Kritik ich will auch wissen was schlecht an einem Game ist und ja ich weiß es nicht ich habe jetzt nicht so viele andere Let's Player geschaut die Recknum gespielt haben aber die spielen meistens einfach so recht halbherzig ähm fast schon naiv Recknum und sagen jetzt nicht was gut ist was schlecht ist oder was gerade stört und so weiter ich habe jetzt ein Part mal gesehen für einen Monat von einem der jetzt momentan aktuell glaube ich Champions for Frecknum Livestreamt und der hat wirklich als er mal von einem er war Syrt von einem Icon glaube ich getötet wurde er hat einfach gar nichts gemacht keine Emotionen gezeigt also da bin ich natürlich schon ein bisschen besser und nervt mich manchmal auch ein bisschen wenn ein Leveler Killer wiederkommt von den Syrten oder so also in letzter Zeit gab es sehr wenige Leveler Killer aber gestern im Livestream kamen glaube ich zwei ein Ege und ein Syrte der mich besiegt hat ja da habe ich mich schon ein bisschen aufgeregt wieder mal so ok ok ich habe die dann machen wir die wieder weg ich will ja nicht immer wieder noch einen Gegner töten muss damit es aktualisiert wird hallo lieber Entwickler fix das mal bitte ich habe ich habe so viele genau gestern wollte ich ja die Dungeons machen und es ging nicht ich habe genug Tickets aber es steht immer ich bräuchte 5 Tickets wieso was ist denn das für ein Bug das muss doch ein Bug sein ja gut wir können ja noch im Livestream heute versuchen mal nochmals 5 Tickets zu bekommen von der Gilde also von den Gildenaufgaben und eventuell geht es dann mit den Dungeons vielleicht muss es zuerst mal aktualisiert werden dass ich so viele Tickets habe ja aber gut ja finde ich natürlich nicht toll wenn es heißt ich brauche 5 Tickets und ich habe 25 also bitte wie viel habe ich jetzt dabei wahrscheinlich 20 jetzt habe ich ja noch ein paar zum Babar gebracht noch 25 ok aber der Babar hat zum Beispiel auch 25 als Ausweich also wenn ich jetzt nicht reinkomme weil es schon Beschwörer gibt also die Augen haben wir auch zu wenig die haben wir auch drin im ja die haben wir reingetan ins Lager Bartha hier endlich so haben wir nur noch wenig Bartha jetzt nehmen wir mal auch die Augen zuerst raus und schauen dann mal ja jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Erfahrung wieder bekommen letztens glaube ich nur 5 Millimeter gewesen oder so 8 ungefähr also zuerst die Augen ja 300 kann ich die alle rausnehmen ja jetzt nehmen wir noch ein paar Bartha raus gut gut noch ein paar geht immer noch geht immer noch geht immer noch immer sehr wenig dann geht's es geht immer noch sehr gut können wir alles ja ja sehr schön jetzt können wir noch 2 Aufgaben lösen und und skillen wir um und gehen die Burs um auch wenn jetzt nicht so viel los ist ja ja die Alzen sind momentan nicht aktiv nicht so aktiv oder sind einfach unterlegen tun momentan keine Vorrats einen also ich habe gesehen dass die Syrten jetzt momentan wenige Forteinnahmen haben keine Ahnung haben wir äh von den Augen ja genügend so 256 fehlen haben nur 50 ok also Bartha noch und vielleicht nochmal Augen ja Augen würden auch noch reichen wahrscheinlich gut ah da haben wir Bartha gehabt zu langsam gelesen ah ja genau die Rubine noch da haben wir 50 die Nachtrubine ja und ich bin ja in letzter Zeit auch nicht so gesund also ich habe immer wieder sehr viel Stress und einfach Sinnesprobleme zu starker Sinne 64 hm zu viel Goldseuer habe ich auch noch eins das habe ich wahrscheinlich im Lager noch Säpelzahn, Tigeraugen ja jo jetzt sind wir schon beim Inventar also Augen gehen nicht mehr Nachtrubine 66 sind zu viel Goldthaler Tilienaugen Bartha so dann haben wir noch 167 reicht das noch für eine Quest oder haben wir jetzt zu wenige Mütter das sind zu viele ja sonst tue ich das einfach wieder rein 274 was hat denn und 67 und 67 ja okay dann tun wir die Barthaare wieder rein und nehmen die Nachtrubine raus und alles andere auch sehr also well alles wieder ins Lager rein gut ja ja also einfach wegen der Bedienung habe ich jetzt momentan auch ein bisschen das Gefühl ja ich kann nicht mehr alles so richtig äh richtig ja die Reihenfolge und so machen weil alles ein bisschen ja nachdenken ist und ich tue mir halt auch sehr viele Gedanken machen das gute Reden und so alles also also let's play und live streamer bist du einfach wahnsinnig abgelenkt durch das Reden okay da haben wir sehr viel Fell noch nehmen wir auch raus ah da haben wir wieder zu viel hm okay das geht noch alles was mit dem Fell können wir noch machen jo so und die nächsten Parts werden dann natürlich wieder Warzone sein da habe ich leider aber irgendwie so das Gefühl ja ich komme einfach noch nicht so richtig dazu Warzone zu machen weil halt einfach als Jus einfach sehr viel Spieler Mangel hat viele hören auch auf und spielen gerade gar nicht oder eben sonst es langsam leid oder immer auf der Verliererseite zu sein eben ich habe Alsius gewählt damit ich euch einfach auch ein bisschen unterstützen kann damals habe ich Alsius gewählt weil es einfach gesagt wurde ja sind am meisten Spiele dort und ja nicht nur ein und ja es gab damals noch ungefähr zwei drei Sierten die mich noch ein bisschen geplagt haben bei den live streams haben sie mich angegriffen und zwar sie wussten dass ich da einfach momentan am leveln bin und so aber das war auch dann plötzlich weg wegen einem pvp turnier was wir gemacht haben dann okay wir haben noch viel zu viele sachen und die fehler wieder ja dann müssen wir halt nochmals die quests suchen und abgeben direkt ja ja das ist schon müsser wie schwer diese äh Dinge auch sind dieser Loot den man hier abgeben kann der Steine he he auf dem Hügel ein Stein also Bata Fehl brauchen wir äh ah nein das ist bisher selbst antiger gewesen also die Schrift ist halt schon extremst klein da müssen sie irgendwie die Auflösung skalieren wenn die Schrift nicht so wie sie klein ist ja ich hab halt einen grossen Monitor die Schrift wird nicht grösser bei grösseren Monitoren die Schrift wird kleiner also auch wegen der Auflösung ich glaube Regnum ist wirklich für 480p gemacht und nicht für 1080p oder 2000p also ich könnte auch auf 4k ähm spielen aber dann ist die Schrift winzig klein und dann kann ich das überhaupt nicht mehr lesen ja wegen schwarz auf weiß ich kann irgendwie schwarz auf weiß nicht immer so gut sehen wegen meiner Überbelastigung von von der Helligkeit des Weisses also viele Schriften Schriftarten und so online beziehungsweise in Games sind mir zu hell das ist der Grund wieso ich meine Ahnung gerade so schnell lesen kann oder vorlesen kann irgendwas und deshalb tue ich ja auch die ähm Quests und so nicht vorlesen weil sie sowieso mega langweilig sind in Regnum also können die mir nicht sagen dass die irgendwie auf eine Art spannend sind die meisten Quests sind wirklich nur laufen oder Monster kloppen warte kurz einen nicht muss die immer Ding im Lager noch lassen damit sie ja dort drin schon sind und dort reingehen sonst muss man das immer wieder verschieben also Nachtrubine die Quest die wird wahrscheinlich jetzt schwer sein zum abholen aber schaut wie viel wir jetzt gemacht haben also sind ja jetzt wahrscheinlich so 10 knapp 10% gewesen also Nachtrubine kommt die Quest noch ich werde jetzt nicht mehr lange hier schauen nach Nachtrubine aber ich glaube in diesem Level gibt es die Nachtrubine sonst müssen wir 1 oder 2 Levels noch warten dann kommen sie kommen sie wahrscheinlich wieder ja sonst könnten wir auch mal Briefenquests wieder machen aber das eher im Livestream dann da bekommt man halt auch gute Erfahrungen über also immer noch so 5000 pro 3-4 Minuten sind schon recht viel wenn man denkt ja die Säbelsanti gegeben 202 Erfahrung ist das schneller mit Reichsquests Nachtrubine so wir haben aber immer noch genügend also Nachtrubine machen wir doch noch eine mal und dann gehen wir zum Ding uns Kinder zum zum Beschwör trennen dann schauen wir einfach mal wie viel Alsen dort beim Bind sind dann können wir immer noch entscheiden etwas anderes zu machen aber es ist wahr es ist jetzt momentan echt viel zu wenig los irgendwas hat ein paar Spiele wirklich vertrieben kommt bitte wieder zurück wir brauchen alle auch Neulinge wenn ihr Lust habt ein bisschen etwas zu spielen das wirklich auch motivierend ist dann später bitte auch wenn manche Dinge wirklich langweilig sind das solltet ihr ja sehen es ist echt nötig das Spiel braucht wieder mehr Liebe dann machen die Entwickler auch viel mehr wieder also dass sie jetzt endlich mal diese Reichsquests besser machen wäre natürlich schon nötig das ist oh nein oh Gott sorry jetzt habe ich ihn nein weißt du jetzt kommen sie zweimal hintereinander und ich klicke sofort wieder weg ah im Schussel also ich werde das jetzt im Ding machen im Leistzimmer habe ich eben mehr als zwei Stunden im Leistzimmer habe ich genügend Zeit dann andere Sachen auch noch zu machen also Reichsschlachten werden am meisten kommen dann ok ich habe ich habe einfach langsam die Schnauze voll wieso ist denn das so schwer zu erkennen dass es Nachttrubiner sind kaum geschaffen das nein ok wir schaffen es ich habe es wieder übersprungen aber die als Nachttrubiner sind am schwersten zu sehen man liest immer zuerst etwas anderes oder zwei oder so also 60 und so weiter und dann hat man wenn man es liest schon eigentlich übersprungen ja das ist einfach das Problem das sollten sie aus einer Liste machen dass es einfach für uns ist die richtige Quest auch auszuwählen ja gut ja gut Bündenheim Lebensretter Bünden Regnerieren mal eine Gemeinschaft mal eine Brand genau hier ähm Abschirm Stahlhaut mache ich auf die hier und und Käferschwamm so ok so ist ungefähr relativ gut die Scaler also die 1 und 2 also die 2 und 3 die ist sehr wichtig das auch die vorne machen das schält sowieso aber das vergesse ich meistens wenn es auf der 1 liegt ja und die Buffs auf der 4 und 5 sind eigentlich sehr gut so wir schauen aber ob wir uns jetzt mal kurz einladen können Dungeons das ja eben ich habe nicht genügend Tickets was sind denn das was was ist das liebe Spiel hä was ist das sind das keine Tickets ist das Papiermüll Klo Papier was sind das das sind Tickets hallo ich möchte gerne rein ich habe genügend Tickets ich will auch irgendwie mega verpackt was also wenn das kein Bug ist weiß ich auch nicht ist das gewollt hm ist das gewollt schäm dich nein das sind natürlich gespielt also ja aber da können wir ja ja da müssen die Entwickler was machen gut mache ich zuerst mal Baba Tiger und dann versuche ich mal nochmals nein geh nicht ich dachte es ist wegen dem aber ja ich habe scheinbar keine Tickets 25 ist keine Tickets das ist weniger als 0 ja ja weil aber nicht so viel Müll liebe Spiel na gut es gibt ja noch ein Video das kann ich mal kurz sicher noch finden wir betreten wir betreten die unendliche Welt von 2011 worst worst mmo ever champions of regnum von joss drive hayes also wenn ihr mir das nicht glaubt da worst mmo ever war 46 46 ist wahrscheinlich das 46 spiel das er reviewt hat beziehungsweise getestet hat er fliegt das ist sieh mit mir an schau nein ich bin nicht im Kanal da auch never win the worst worst mmo ever worst elsewhere okay okay der macht einfach immer so videos okay haben wir das nachher ja hat er grafik fehler er hat ja grafik fehler was ist nicht los jetzt hat er wieder keine grafik fehler er fliegt wirklich hä und jetzt doch jetzt jetzt fliegt er er fliegt kurz also es ist einfach schlechte Texturen wusste ich gar nicht woher kommen die vielen Spiele erzielen ja guck okay die machen hier Quests klar ist doch gut wenn man das sieht wo man die Quests abschließen kann aber was ist jetzt mit ja der Cash Shop ist wahrscheinlich schon extremst paid win das stimmt aber ja extrem nicht aber schon sehr was sagen denn die Kommentare ja also eben weil er ähm ja so negativ über Champions League nicht nur redet habe ich jetzt mal gedislackt mmo 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 hä also also manche leute die wirklich ein Spiel so richtig runter setzen für ein reviewer das so finde ich wirklich schlecht nicht er braucht keine Unterstützung von mir er braucht keine Unterstützung von mir da gehen wir jetzt amersing back in 2010 bis 20 ja das ist mein first mmo ever amazon wirklich positive ja zwar bin ich ja auch wegen viel Spielzeit langsam ein bisschen geboren und tue auch manchmal ein paar Sachen wirklich sagen die nicht nicht unbedingt so verdient sind für ein Spiel aber ich meine die Entwickler machen ja gar nichts also was haben sie reingebracht dass man mehr mehr Quests annehmen kann sonst haben sie ja nichts mehr reingebracht sondern mal die Sachen fixen oder die wirklich auch auffallen wenn du jetzt wie ich so mega viel spielst dann fallen die negative Sachen dann auch mehr auf oder also oh oh Zauberload Amschil sind wahrscheinlich auch wieder weiss ja also ja ja genau die Maus also die Steuerung geht dann einfach in eine Richtung wenn man da gleichzeitig drückt und ein Item löscht genau so Sachen aber wenn man länger spielt dann fällt einem schon auf wie das Game halt schlecht programmiert wurde also vor allem einfach die Bedienung schlecht ist aber ich meine eben die Warzone Schlachten so machen mega viel Spass zwar eben könnte man ja auch sagen ja so zu viele Stunts und zu viele Reichweitenvorteile für Schützen und so weiter ist ein bisschen nervig auch das meiste ist wirklich toll und eben die geringe Reichweite von den Buffs ist zum Beispiel nicht so toll und es ist dann toll eben die schönen Zauber die coolen Angriffe der Barbaren ja dass Barbaren viel zu stark sind zum Beispiel ist zwar auch eben auch negativ aber auch ähm positiv und so weiter also ja es wird halt nicht so gerne gesehen wenn man auch ein bisschen negativ redet als Fan aber ich kann mich halt auch nicht als Fan bezeichnen sondern als Vielspiel als Casual Vielspiel von euch also ja das kann man sagen das Positive die ganze Zeit zu wiederholen ist halt auch sehr langweilig das Lagerfeuer lagert ja ohne eben dass so wenig los ist in der Warzone ist halt etwas anderes Negatives das mana please keck nun ist das ein deutscher äh clan keck oder ist doch deutsch du keck ja Wartezeitsimulator nenne ich das wieso können die nicht mal ja weitergehen immer nur defensiv warten oder so Leute ihr verdient äh ihr gewinnt keine Kriege wenn ihr nur auf am Augersburg Lager wartet was am meisten angegriffen wird das Wort wird am meisten angegriffen also geht und beschäftigt die anderen ich werde jetzt sicher in jeder Zeit sterben aber es sind einfach viel zu viele Syrten und Igen unterwegs und auf dieser Strecke ja was wurde Syrtis also eben jetzt ist alles wirklich auch gar nicht aktiv sie haben jetzt nichts erobert ja kein einziges seitdem ich drin bin und ich bin schon 43 Minuten drin ja was kann man dazu sagen ja nicht gerade so gutes ich mag diesen Stein da dieser Stein ist einfach mega schön soll ich das sagen ja gut ähm Regnum gehört halt zu den schlechteren MMORPGs aber es macht vieles richtig mit dem RVR ich würde Regnum nicht spielen wenn es kein RVR gäbe wirklich es wäre dann mir zu schlecht ich würde Regnum spielen wenn es also würde Regnum sogar gerne spielen wenn einfach das Kampfsystem und alles besser wäre dann das Kampfsystem und halt auf diese langweiligen Sachen nicht da wären also wenn man eigentlich schon mit Level 1 gegen andere kämpfen könnte und dann Erfahrung bekommt oder wenn man stirbt auch Erfahrung bekommt oder so ist ja auch wir haben im Kampf mit dem teilgenommen das sollte belohnt werden mit EXP aber unter Level 60 stirbst du die ganze Zeit und bekommst keine EXP dann über das ist das Problem oder Low Leveliger können einfach gar nichts machen gegen Level 60 mit Top Equip also ich bin jetzt auch ein bisschen struggling weil ich jetzt nicht gut am Turm vorbeikomme und jetzt habe ich einfach ein bisschen Angst weil jederzeit irgendwo ein Iger sein kann ja auch wir wüssten der ich starb 57 ist aber recht ja gut also 24 Aufschrittsschaden ist eigentlich schon relativ gut ja also wisst ihr was ich suche jetzt mal eine Zone wo ich noch ein bisschen leveln kann ach ja ich bin ja sowieso war es so ein Killung ich werde dann einfach irgendwann mal ein Livestream machen wenn das Video oben ist genau ich werde das Video sofort hochladen und ähm ich werde äh noch ein Minecraft Part hochladen und dann mache ich den Livestream also sobald ihr das Video oben ist und ihr das gerade auch ähm hört dann werde ich wahrscheinlich schon fast Livestream machen oder schon Livestream machen gut es ist aber null los also ist jetzt noch kein Spieler gesehen außer beim Uggersport fort das ist jetzt gerade einfach nicht die Zeit natürlich kommt mal so 2 Uhr 3 Uhr morgens online dann ist wirklich viel los aber dann sind halt auch die Argentinier die noch wirklich zahlreich spielen online die haben dann eine gute Zeit die haben dann glaube ich Abend ja und für die Deutschen ist es auch negativ dass wir vor der Zeit also in der Zeitzone vor sind oder und dann haben wir meistens keine Argentinier online ja gut also dann gehe ich mal wieder raus aus Regnungen und lade die Videos hoch und für euch viel Spaß und ja tut mir leid dass ich wieder ein bisschen ein Kritik Part gemacht habe aber nein es man sieht es ja einfach ähm ja es ist so halt Regnung muss wieder verbessern so langsam geht die Regnung sonst kaputt also da müssen die Entwickler unbedingt etwas machen bitte unterstützt die Entwickler auch wenn man es wie sagt sie nur abzocken oder so sie sollen etwas machen redet mit denen also schreibt ihnen ein Support E-Mail sagt bitte sie wollt diese Features und so weiter und dann wird auch etwas gemacht und ähm mit meiner Unterstützung können wir Regnungen wirklich gut besser machen also ich werde sehr viel Einfluss wahrscheinlich dann haben wenn ihr mich ein bisschen unterstützt werde ich natürlich selbst schauen dass Regnungen besser wird aber sonst eben ich weiß nicht wann ich aufhöre wenn ich einfach merke ja Regnungen bietet nicht mehr das weil ich ja auch nicht viel den Entwicklern schreiben kann ich sollte immer automatische E-Mail-Ding haben ja ich würde nochmals den Entwicklern nochmal ein bisschen bitten ähm ja um das Spiel weiterzuentwickeln aber ich freue mich aufs Weihnachts-Aben das kommt wahrscheinlich am 17. oder so früher 15. was ist denn heute? der 12. okay also wahrscheinlich am Donnerstag kommt dann kommen die Weihnachtsbäume wieder zum 15. Mal wahrscheinlich ja dann tschüss bis zum nächsten Part oder Livestream oder anderen Part von einem anderen Projekt tschüss